Musik Frau Weide, die Ganzwirtschaft Ostpreußen, spricht Ihnen für Treue und Bekenntnis zur ostpreußischen Heimat Dank und Anerkennung aus. Die Auftrag des Sprechers darf ich Ihnen das Verliefstabzeichen vorweisen. Applaus Die Landschaft hat gedacht, was man vielleicht mitbringen könnte. Und ich habe die freudige Aufgabe, dieses Geschenk zu überreichen, bitte noch mal einen Moment und wieder aufmerksam. Aufmerksamkeit. Laut dazu gold ist ihren Zeichen Peter Pott. Peter Pott wurde am 9. April 1942 im Kreis Lützen geboren. Die Flucht seiner Mutter mit vier Söhnen, unter denen Pott der Jüngste war, endete in Niedersachsen. 1956 begann eine Tischlehrer in Hamburg. Umzog nach Neust im Jahr 1964, folgte vier Jahre später die Meisterprüfung als Tischler. Im Jahr 1971 wechselte Peter Pott in einem kaufmännischen Ruf und arbeitete zunächst für die Kaufhof AG und zuletzt für eine Holz- und Werkstatt. Seit zehn Jahren ist Peter Pott der Ingmar aus Rürich der Vorsitzende der Kreisgruppe Neust in der Landschaft Ostpreußen. Seit seinem Amtsantritt unterstützt er die Ostpreußen in Neust und Umgebung und hält die Landsleute in beispielhafter Art und Weise zusammen. Die Kreisgruppe Neust zeichnet sich für ein aktives Vereinsleben aus, das den üblichen Rahmen einer lauflichen Gruppe spricht. Auf Initiative von Peter Pott wurde im November 2007 ein Heimatwald der Landsmannschaften angepflanzt, für den die Stadt Neust an der Fläche von Heinz-Kurv-Architektur mit Hektakten schon umzuverlösen. Mit diesem Wald leisteten Vertriebenverbände ein Beifahrt zur Weitergabe, wenn nach der Umwelt in die nächsten Generationen war der Rhein-Kreis Neuss eine der weiblichsten Kreise in uns und in Deutschland. Zudem demonstrierten die Neusser Heimatvertriebenen auch diese Weise, dass sie im neuen Kreis zu Hause sind. Das Vorhaben wurde auch in der deutschen Volksgruppe im Kreis Lönzen im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützt. Die Vorsitzende des Deutschen Vereins der Basunischen Kreisstaat erhielten Kenntnis von diesem Projekt und spendete Eingehörter. Zur Einweihung des Heimatwaldes brachte Frau Jolanda Piotrowska die offiziell von der Stadt Neusser eingeladenen Bürgermeister von Lönzen einen Baum aus der Heimatwald. Im Januar 2011 fand der Landtag von Peter Piotr ein gremischer Gottesdienst der Neusser Landsmannschaft in der Krimis-Pasitika am Neusser Mann gestimmt. Auch die in der Lönzen der Heimatvertriebenen deutschen Landsleute wäre von Peter Piotr unterschätzt. Anfang 2011 wurden beispielsweise 25 elektrisch verstellbare Krankenbecken für das Volksgaben Moskitz auf den Weg gebracht. Aus Anlass des 60-Jährigen bestehendens der Neusser Gruppe organisierte Peter Piotr eine Ausstellung mit Exponaten zum kurzem Ostpreußen in der Stadt Sparkassel. Für seinen angegebenen Einsatz für Ostpreußen ist Pott bereits mit dem Silbernden hier gezeichnet, der Landsmannschaft in Ostpreußen auszüglichen. Die Landsmannschaft in Ostpreußen verleiht Herrn Frieder Ort für seine hervorragenden, Diensten auf Heimat und Vaterland, das goldene Ehrenzeichen. Pott für Mord, 2. November 2012, verzeichnet regalische Sprechung. Applaus 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 Ja, meine Damen, meine Herren, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist selten, dass ich sprachlos bin. Aber man hat es geschafft. Ich möchte sagen, nicht sehr geehrter Herr Hufenbach, ich sage lieber Herr Hufenbach. Applaus Herzlichen Dank und brichten Sie auch diesen Dank bitte dem Bundesvorstand und Herrn Stephan K. aus. Applaus Applaus Wenn ich so sehe, dass man mir das goldene Ehrenzeichen verliehen kann, freue ich mich sehr. Aber, was ist jetzt meine Aufmerksamkeit, ich spreche schon gar nicht mehr von einem Geschenk, meine Aufmerksamkeit an dem lieben Herrn Hufenbach. Ganz einfach. Einmal obligatorisch unseren Wehrenfang. Die ostpreußische Medizin, dass er noch viele reden, sprechen kann und dass er Gesundheit und uns auch lange erhalten bleibt. Applaus Applaus Und dieses Geschenk hier, da dürfen Sie jetzt raten, was es ist. Aber, das ist eine Aufmerksamkeit, die ich bekommen habe. Applaus Aber man sagte, ich habe so viele Bücher zu Hause, bevor ich sie wegschmeiße, gebe ich sie Ihnen. Und bei diesen ganzen Büchern habe ich ein Buch aus Allenstein dabei gehabt. Das goldene Buch Allenstein. Und dieses goldene Buch möchte ich gerne Herrn Hufenbach weitergeben, weil er auch mit Allensteinern zu tun hat. Danke. Applaus 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 Vielen Dank.